Willkommen liebe Leute, zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Wir machen jetzt mal weiter. Und ja, schauen mal. Ah, da steht der Yamchu endlich. Die alte Sau. Ja, aber wir wollen ja eigentlich, wollen wir ja langsam mal Song Gohan fertig bekommen. Aber nee, Mission. Ich hab keinen Bock auf die scheiß Mission. Ich mach' ein bisschen neuen Style hier. Was nehm' ich denn? Aranes-Mützen? Nee. Yeah. Yeah, was ist das denn hier? Oh. Kopf von Teufelsmann Spike. Ja, nee. Ein Stock, der passt leider nicht zu unserem Anzug. Das ist auch nicht so wirklich. Was nehmen wir denn? Nehmen wir die Brille hier an. Komm. So, wir gehen jetzt erstmal gemeinsam kurz zu Shen Leung. Und ich geh' schon wieder auf die falsche Seite. Egal. Mist. Das heißt, jedes Mal geh' ich auf die falsche Seite. Egal. So. Objektlang können wir auch nochmal ganz kurz abchecken, ob ich alles habe eigentlich. Ist da an. So. Alles kein Problem, alles kein Problem. Die Läden haben wir ja auch abgecheckt beim letzten Mal. Ist ja leider nichts Interessantes mehr dabei. Dieses Kami-Hami-H-Ding hab' ich mir ja reingetan, ne? Ja, genau. Das werden wir auch noch ausprobieren. Vielleicht ist das ja der Schlüssel zum Sieg bei dieser dreckigen Trunks-Mission. Ist ja auch die Kacke, dass man das erstmal alleine machen muss. Wenn du das einmal geschafft hast, kannst du ja dann auch mit anderem machen als Hilfe. Aber so muss es erstmal reichen. Ja, ich würde sagen, wir holen uns erstmal aufpassen, aufpassen, nicht zu schnell drücken. Ist mir nämlich schon mal passiert. Was ist dein Wunsch? Super 17 kann nun in der Charakterauswahl ausgebildet werden. Ja, bla. Komm, Shenlong, beruhig dich. Apropos Shenlong, genau. Fällen wir gerade mal ein. Leute, also auch mal so als Tipp für euch. Checkt gerne mal meine Facebook- oder Twitter-Seite ab. Oder beides am besten. Links sind in der Beschreibung. Ich habe letztens ein richtig geiles Shenlong-Bild gemalt, sag ich schon. Wenn ich das malen könnte, dann wäre ich der geilste. Ne, ich habe ein geiles Shenlong-Bild gepostet. Und warum das so geil ist, das müsst ihr natürlich selber abchecken. Also wie gesagt, wollen wir ja gerne mal machen. So, ich probiere sie noch einmal. Ich probiere sie noch einmal mit euch. Aber, ja, ganz ehrlich, ich schätze meine Chancen sehr gering ein, ehrlich gesagt. Sehr gering. Ich habe kein Vertrauen in mich. Ich habe kein Vertrauen in mich. Das ist nicht gut. Der ist nicht gut. Aber jetzt mit der neuen Brille. Achso. Ja, die Brille ist geil. Geil, nicht eingetroffen. Doch jetzt. Yamchoo, du Lappen. Du Lappen. Warum treffe ich denn nicht? Mein Gott. Ich habe auch wieder auszuweichen. Einmal noch. Okay, nicht. Komm, schnell, hau ihn kaputt, bevor die anderen beiden kommen. Scheiße. Krillin, ey, mach doch nicht auf dicke Hose von deiner Alten. Weiter auf mit denen, Quatsch. Verwandle dich, verwandle dich. Ja, die Brille ist perfekt. Die Brille bringt den Spirit des Sire-Gins einfach so geil rüber. Hör doch auf auszuweichen. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Ach wohl. Ey, wie gesagt. Einmal noch, einmal noch, einmal noch. Oh Mann, da lässt er sich vor den Krillin kaputt schlagen. Der Lappen. Ähm, ja. Einige haben mir jetzt geschrieben, dass der nächste DLC Ende März kommen soll. Wäre ja ganz nice, wenn es so um zwei Wochen tag wäre. Das wäre noch in Ordnung eigentlich. Sicher, sicher. Verwandlung aktiviert. Ähm. Ihr werdet hier natürlich, wie gesagt, hab ich ja gesagt, ich hab ja nicht ohne Grund hin, diesen Pass gekauft. Ihr werdet ihr dann hier auf jeden Fall sehen. Aber es ist ja immer noch die Frage, was machen wir bis dahin? Ja. Und wenn ich die Frage stelle, stelle ich sie natürlich an alle und nicht an zehn Leute oder so. Ja. Ich glaube, zehn Leute haben geschrieben. Ja, macht doch dies, macht doch das. Können wir auch gerne machen noch die Charaktere oder ich kann euch auch nochmal einen neuen Charakter zeigen. Aber auch da ist wiederum, fuck, warum hab ich mich nicht aufgelandet mit der Energie, shit. Aber auch da ist wieder die Frage, soll ich euch den zeigen, wenn er schon ein bisschen fortgeschritten ist? Sollen wir nur, keine Ahnung, die ersten paar Kämpfe machen? Mit dem, oder was wollt ihr da sehen? Was wollt ihr da sehen? Was, was? Ach ja, ich hab, mhm. Ach ja. Ja, ich hab ja einen neuen Angriff jetzt. Oh, der haut rein. Der haut rein. Immer in Bewegung bleiben. Okay. Also. Wenn ich diesmal Wenn ich diesmal nicht schon zwei, drei Kapseln, äh, zwei Kapseln oder drei Kapseln hier verbrauche, dann passt es. Also allerhöchstens zwei darf ich verbrauchen, alles andere ist Loser-mäßig. Dann kann ich eigentlich direkt wieder aufhören. Ja, natürlich, ist klar. Ich war eigentlich schon verwandelt. Eigentlich war ich schon verwandelt. Friss das, Boo, friss das! Das ist beeindruckt, oder? Das ist schon beeindruckt, du hast schon die Hosen voll, glaub ich. Komm, 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 Ich sag ja, also ich bleib dabei, ich finde es einfach ultra übel hier. Ich finde es so übel, diese Mission. Hat er seinen Angriff abgebrochen? Ne, doch nicht. Jau, jau, jetzt geht's los wieder. Das ist so eine beschissene Fick-Mission, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Ne, ne, ich kann nichts machen, ich kann nichts machen. Oh, ich hab mich gerettet. Das ist so eine beschissene Scheiß-Mission, Alter, ohne Wiss. Das ist so eine Scheiß-Mission. Ziel auf den kleinen Bengel, ey. Hau die Scheiß aus dem Raus. Oh, die Klappe, die Dreckskind. Machen wir den Angriff! Warum dauert das alles so lange? Ich drücke X wie ein bescheuertes Scheißkind. Ich kann mich nicht da rausbringen. Das ist doch dumm, ist das doch, Alter. Boah, Junge. Aggressionslevel ist schon wieder gestiegen. Leicht, aber nur. Was ist das, Alter? Stirb jetzt bitte. Natürlich wird er nicht getroffen. Ich bleib dabei, die Mission ist der letzte Fickrotz, einfach nur. Boah, nun hier. Alter, ich bin schon wieder so aggressiv. Ich bin schon wieder so aggressiv, weil sie lächerlich ist, Alter. Fress die Kapsel! Ich hab nicht mal einen weggehauen. Es ist so dumm. Oh, Gott. Stirb doch einfach, du dummes Scheißkind. Stirb, Alter. Wenn ich wegfliegen will und es nicht klappt. Zack, und die machen, was sie wollen. Als wäre ich ein Punching Ball. Yo, natürlich. So, verwandel dich jetzt endlich. Schlech, 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 direkt rein. Direkt dahinter. Zwei Kapseln, Leute. Puh. Das kann nicht sein. Komm, weg mit dir. Die Leiste soll weg, bitte. Boah, tut mir nicht. Ich bin ein wenig aggressiv geworden. Alles cool, alles cool. Ist jetzt die Frage. Jetzt hab ich die Hälfte. Genau die Hälfte ist immer so... Die Hälfte der Energie ist immer so der Punkt. Soll ich jetzt schon eins nehmen oder soll ich das doch nicht verschwenden? Weil es könnte mich noch ein bisschen mehr halten als die Hälfte. Oh, Mann, Leute. Die Mission ist so ein Scheißrotz. Und ich weiß sowieso... Ich weiß es ja sowieso... Dass... Wo ist das Tor? War das nicht hier immer links oder so? Gott, ich weiß es einfach nicht. Ist es das? Das müsste es sein, oder? Ich weiß es ja sowieso... Dass... Ich die jetzt schaffe, aber nicht das bekommen, was ich will. Das heißt, ich muss die sowieso nochmal machen. Ich hab zwar dann drei Leute, die ich mitnehmen kann, äh, zwei Leute, die ich mitnehmen kann, aber... Das ist nur ein Wurken, die du bist. Ach, er trifft mich, ich ihn aber nicht. Oh, geile Sache. Ich hab die Sau schon. Ey, ohne Witz, ich fress die Kapsel. Ist mir scheißegal. Fress sie einfach. Sicher ist sicher. Einmal noch, einmal noch, einmal noch. Direkt hinterher. Oh, das war so mies knapp. Komm herz, Son Goku. Zack. Zack. Ja, natürlich. Natürlich. Passt er das genauso ab, dass er mich dann treffen kann. Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Freilich. Freilich. Stirb doch einfach, Son Goku. Ich bin der Strongste, ja. Ja, genau. Spam, 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 Spam. Auch das juckt er mich. Boah, wie ich ausgewichen bin. Wie ich da reingeflogen bin. Wie der letzte Depp. Das war die... Das war die letzte Pille. Die Son Gohan, ihn beschützt. Jetzt weg mit dir, du... Du Lappen, du kannst gar nichts. Ja, ist klar. Ist klar. Du bist der Einzige, der das kann. Klar, du. Mieses Stück Scheiß. Ich hasse dich so sehr, Sam Gohan. Weißt du das eigentlich? Also, ich bitte dich. Ich bitte dich. Der hat gerade seinen Angriff gemacht. Ach so ist es also. Ach so ist es also. Komm, 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 komm. Lad dich auf zum Goku. Komm, nämlich jetzt noch. Das kenne ich nämlich schon. Hier war ich schon. Hier war ich direkt beim ersten Versuch. Das ist ja die Scheiße immer. Was ist denn jetzt los mit dem Sound hier? Das meine ich. Das habe ich gerade... Gerade habe ich das bei Son Gohan gemacht. Er wird nicht getroffen. Ich, aber... Wenn ich meinen super Angriff mache, werde ich getroffen, aber er nicht. Oder was? Der schlägt mich zu breit. Der schlägt mich zu breit. Ich kann nichts machen. Oh, Gott. Oh, Gott. Das war Spaß. Der schlägt mich zu breit. 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 Der schlägt mich zu breit.